Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Spielmodus auf dem funwill.eu-Server und zwar LuckySG mit ein paar Idioten. Irgendwo ist der allergrößte Idiot Mr. Moorgame, ich weiß nicht genau wo er steht, irgendwo in der Ecke war. Oh guck mal da stehen zwei ineinander, hallo ihr zwei da drüben. Ja es ist folgendermaßen, wir haben am Anfang quasi ein bisschen Survival Games Prinzip, wir haben am Anfang haben wir Trunen und danach allerdings haben wir nur noch Schwämme. Und wenn wir diese Schwämme eben öffnen, dann passiert irgendwas random mäßiges und das müssen wir eben dann gucken, was es dann sein wird. Einen Hanisch haben wir gar nicht, schade, aber wir haben schon mal einen Pfeil und einen Weizen und einen Schneeball. Also OP Ausrüstung für uns am Anfang, perfekt. Das ist der erste Schwamm, habe ich den nicht bekommen? In dem ist der mich jemand, Winnie Craft ist hinter mir, ne der Scheiße. Kann man hier noch einen Schwamm? Hä? Warte mal, habe ich den auch nicht? Ich habe den auch nicht bekommen irgendwie, ach fuck. Wie ich einfach mal noch gar nichts gefunden habe, noch gar nichts. Oh Mann, ey, ich bin hier schon voll lange rum und finde einfach nichts. Oh, hier ist ein Schwamm. Ja gut, ja geil. Gut, bekomm mal wenigstens Besoffenheit, Alkohol haben wir zumindest schon mal gefunden, war geil. Oh, guck mal, ne Eisensee, jetzt geht's ab mit uns, ab jetzt wird alles besser, auf jeden Fall. Na, 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 ich verliere Essen en masse und ich habe keine Truhe gefunden bis jetzt. Ich habe keine Ahnung, hier klein gehe ich mal. Ah, noch eine Truhe, also so ein Dingens. Was habe ich jetzt bekommen? Oh, was habe ich denn jetzt bekommen? Nix oder wie? Irgendwie gar nichts, okay. So, hier habe ich irgendwo eine Truhe, da oben ist die. Wo ist die denn da draußen wahrscheinlich? Na ja. Oh, Pfeil und Bogen haben wir geil. Erstmal, Early Boy, weg Spam. Für mich als Spam-Experten, als Wo-Spam-Experte natürlich gar kein Problem. Aber man hat sich trefft ganz gut eigentlich, ne? Ist gar nicht mal so schlecht von mir bis jetzt. Aber Essen wäre jetzt schon mal richtig geil. Ja, natürlich sneak dich da hin. Okay, da ist Spark. Ich muss mal gucken, dass ich erstmal ein bisschen Wo-Spamme. Aber irgendwie, hier klingt es bestimmt ganz gut jetzt. Ja, wunderbar, drei jetzt mitgegeben. Perfekt, das ist dann wahrscheinlich relativ low jetzt. Relativ low. Wir haben nur noch zwei Pfeile, beide haben gesessen. Aber gut, ich kann da nicht viel mit anfangen jetzt gerade. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr, aber ich habe auch kein Schwert oder so. Ähm, ich laufe einfach mal irgendwo hin, okay? Mal gucken, ob er mir dranbleiben wird. Ja, wenn ich ein Schwert, könnte ich ihn bestimmt besiegen. Habt ihr mich wenigstens eine Hose an? Ich glaube, ich habe nur Schuhe an oder so. Aber ohne Schwert klappt es halt eben nicht. Ist halt scheiße. Vielleicht sind noch irgendwas drin oder so. Nee. Ach, scheiße, was machen wir denn jetzt? Da ist ein Gegner. Pass auf, wir rennen jetzt mal so hier rum. Komm, kämpf die zweimal. Wunderbar. Genau das wollte ich erreichen. Nichts anderes. Ja, gleich bin ich out of Sprint und dann haben wir auch nichts mehr hier. Ich will auch keine Zruhen da momentan. Was ist denn da los, ey? Das ist irgendwie... Also ist natürlich alles Glückssache, was hier passiert, ne? Ist ne... Lol. Okay. Okay. Beim Schwert da hinten da, bei dem Goldenen, oder was? Ja, genau, einfach da irgendwo hinlaufen wir. Einfach ein bisschen, würde ich mal sagen. Ja, Schwert. Nein, rausgedoppt. Scheiße, rausgedoppt. Ich nix, ich auch nicht, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich renne hier. Wo bist du? Ich bin hier. Ich bin eigentlich vor dir. Weg, 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 weg. Da ist ein Schwämme. Ja, ja, ich seh's schon, ich seh's schon. What the fuck? Nein! Nicht schon wieder! Ach, Mann, ey! Ich hab ein Steinschwert für dich. Okay, wo bist du denn hin, mein Schatz? Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich bin hinter dir. Okay. Ja, warte. Willst du ein Steinschwert? Warte, warte, warte. Dann komm doch! Ja, ich komm jetzt gleich! Ja, warte, ich will mal kurz dir den Dingens haben. Oh, fuck. Fuck. Ich trau mich nicht zu öffnen. What? What the fuck? Ich werd geportet die ganze Zeit. Hilfe! Oh mein Gott! Ich werd mit allen... Ich hab nur noch zwei Herzen. Ich war in Lava drin. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich werd mit allen Leuten geportet gerade irgendwie. Ich werd zu jedem geportet. Ich werd zu dir! Dann komm ich zurück zu dir. Dann komm ich zurück zu dir. Okay, ich bin wieder bei dir, glaub ich. Hallo? Da bist du. Okay. Okay, pass auf! Au, da wurde einer geportet. What the fuck? Steinschwert? Das ist ein Craftingpad. Das ist ein Craftingpad. Ich werd auch geportet. Jetzt lass mal rein. Ich hab ein Herz und kann nicht raggen. Okay, erst mal nach oben hier reinlaufen. Ja, bitte. Ich komm hoch. Ich komm hoch zu dir. Ja, okay, nice. Ich hab was zu essen gefunden, endlich. Ich kann jetzt wieder raggen. Ja, ess was. Ja. Okay, lass mal hier oben erst mal ein bisschen verschanzen oder so. Da kommt einer hoch. Okay, dann ab nach oben. Ah, da sind ein Endertruner. Da ist nix drin. Okay, ich war ein bisschen doof. Okay, da ist noch ein Dingens. Es liegt dich. Es liegt dich. Ja, ich will kurz die Dingens haben, die Sachen hier. What? Ich wurde geportet. Mit expert. Expert. Ja, er ist direkt zu mir. Ah, fuck. Was ist denn das? Ah, man. Oder du wirst halt einfach nur immer geportet oder ich sterbe dann. Geile Sache. Ja, genau. Und ein Boot hab ich auch. Da ist noch ein Schwamm. Ja, warte, ich will mir den Helm kurz anziehen. Und dann hol ich mir den Schwamm. Keine Panik. Oh, oh. Zweiher Team. Zweiher Team. Zweiher Team. Zweiher Team. Okay, no chance. Zweiher Team.